Jawoll, richtig gelesen. Heute geht es um investigative Musik. Ich bin auch schon passend gekleidet. Investigative Musik, sie wird oft in Serien und Dokumentationen benutzt und sie funktioniert etwas anders als die klassische Komposition mit Leitmotiven. Es geht mehr darum, eine Atmosphäre zu kreieren, zu erschaffen, mit verschiedenen Layern, mit verschiedenen Schichten zu arbeiten, um die Musik wirklich der Situation anzupassen. Ich habe für die amerikanische TV-Show The First 48 mehrere Titel komponiert und wie so ein Titel aufgeschichtet ist, aufgebaut ist, das zeige ich euch jetzt. Ich bitte euch, die englischen Untertitel zu entschuldigen. Ich weiß, man kann es euch zumuten, ihr könnt alle sehr, sehr gut Englisch und umgekehrt ist es halt leider nicht der Fall, dass sehr viele Deutsch können. In diesem Sinn, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020